Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Jetzt geht's hier auch wieder weiter und, äh, oah, da war der Kies drin, glaube ich. Ja, war der Kies drin. Ähm, wir waren jetzt hier in der Höhle. Aber die Höhle haben wir jetzt eigentlich schon, da gibt's eigentlich nicht mehr viel. Außer hier noch ein paar Sachen, die wir übersehen haben oder die ich einfach nicht mitgenommen habe, weil ich einfach nochmal schnell durchgucken wollte. Oh, und dann sind wir ja auch gestorben. Hier, bei dem hier. Und, ähm, ich würde sagen, wir gehen wieder nach, nach oben. Zur, ähm, nicht mehr in die, äh, raus aus der Höhle. Und dort machen wir dann, ähm, dort machen, oh, dort machen wir das Dach fertig. Ich hab mir jetzt nämlich endlich mal, ähm, überlegt, oh, haben wir wenigstens, weil wir gestorben sind. Ähm, ich überlege, wie ich das Dach mache, hab ich nochmal probiert, auf kreativ. Was war das gerade? Und man kann so Banner bauen und sowas, mehr weiß ich auch nicht. Kann man, kann auf jeden Fall viel mehr bauen, auf jeden Fall, kann man richtig viel Neues dazu. Und ich wollte halt eigentlich auch schon, bis, schon bisschen länger aufnehmen, darum, hab ich mir schon mal zwei Sachen überlegt, wenn wir die schaffen, dann ist es eigentlich ganz gut. Und, auf jeden Fall, das Dach, ähm, das Dach bauen und das andere seht ihr dann auch. Das werdet ihr dann noch sehen, was wir dann noch bauen wollen. Ähm, aber jetzt gehen wir erstmal nach draußen. Oh, böse Spinnen. So, in unser Bunkerchen. Zu. Tür ist zu perfekt. Was ist denn hier drin? Oh, komm. Ähm. Ja, nehmen wir alles mal mit. Was wir alles rausgeholt haben. Da haben wir noch Gold. Ja, komm, nehmen wir das auch noch mit. Okay, wie viel Gold, äh, wie viel Silber haben wir denn noch ein bisschen haben wir schon? Gold, acht, vier. Äh, Larvis haben wir auch, Redstone haben wir auch. Und auf jeden Fall Kohle, Kohle ist wichtig. Kohle brauchen wir. So, lassen wir das hier einfach alles leer. Boah. Lassen wir das hier einfach mal leer und... Gehen nach draußen. Aber ich glaube, hier überall müsste doch irgendwo was sein, oder ist da noch was? Nee, ne? Boah, ich hab jetzt auch keine Lust mehr, mit den ganzen Sachen in der Tasche hier irgendwo runterzufallen. Und die Monster sind hier an, ne? Die Monster sind an, glaub ich. Trotzdem muss ich noch schnell alles mitnehmen. Dann haben wir noch mehr Kohle. Für die ganz vielen Öfen, die wir ja... Oh. Na toll. Na toll, nochmal schnell zurück. Ich glaube, ich lass es da jetzt einfach mal. Ich nehme jetzt nur noch schnell, was auf dem Rückweg ist. Lass ich nochmal, äh, nehme ich nochmal schnell mit. So, nochmal schnell. Eine Axt. Äh, eine Spitzhacke. Eine Spitzhacke. Also. Dann spielen wir wieder mit dem Minecraft-Tek. Und... Und... Tod. Oh, jetzt bin ich ja doch hier hingegangen. Na ja, dann machen wir das noch schnell. Doch, noch schnell. Eigentlich will ich so schnell wie möglich raus und... Ähm... Das Dach fertig bauen, aber... Ich nehme ja gerade eben erst drei Minuten auf. Das geht ja richtig schnell. Also passt das schon. Ich habe den Upload-Plan ja auch ein bisschen erweitert, falls ihr es gesehen habt, dass am Sonntag jetzt auch noch eine Minecraft-Folge kommt. Dann kommen nämlich vier Folgen Minecraft pro Woche. Und dann dreimal bis Bad World, zweimal Hunted Legends, das Wimmel-Bildspiel. Ja, sind die Monster eigentlich an, ja, ne? Aber ich sehe keine. Na ja. Das auch noch mal schön mitnehmen. Aber dann nach draußen. Gut. So, da noch mal. Oh. Ist natürlich schlecht, ne? Brauche ich das mal ganz schnell zu... So, äh... Fackeln brauche ich eh gerade nicht, aber Brot... Ist auch das Letzte. Aber wir müssen jetzt auch erstmal ganz viel Holz nochmal schnell holen. Wenn wir jetzt hier, ähm... Gibt's da nicht noch irgendwie, naja... Wenn wir jetzt hier das Dach machen wollen, brauchen wir noch ganz viel Holz, haben wir nicht. Noch ganz viel Eichenholz. Müssen wir uns dann noch schnell holen. Aber das geht ja eigentlich auch ganz schnell. Dann machen wir das einfach mal schnell. Holen uns einfach nochmal schnell ein neues Eichenholz. Und... Machen dann mal das Dach. Und wenn wir dann noch Zeit haben, machen wir noch das andere. So. Gibt's nix mehr. Gibt es nix mehr. Also. Nacht draußen. Und hoffen, dass es nicht Nacht ist. Guten Tag. Die Tagesplaylist, äh, ne, nicht die Tage, äh, die, die, die... Draußenplaylist. Die Normalplaylist, hab ich die genannt. Ja, es ist Tag, ähm... Läuft ja gerade nicht mehr die... Höhenplaylist. So, nach draußen. Freiheit. Okay. Unser schönes Dach. Ah ja, und was ich noch sagen wollte, ich hab die Sichtweite vollgestellt. Auf 16. Das sieht man jetzt richtig viel noch, was man sonst nie gesehen hat. Einfach mal, ich hoffe mal, ich probiere mal aus, ob das so gut ist. Und dann... Machen wir das erstmal so. Da hau ich alles Eisen rein. Ist ja nicht so viel. Gold. Und hier hat man 30. Dann mach ich da auch nochmal. Ne, lass ich erstmal. Ähm... Was brauch ich denn jetzt? Kies kann erstmal weg. Das kann alles erstmal weg. Frag ich erstmal alles schnell weg. So, fackeln vielleicht nicht. Brot brauche ich auch gleich wieder. Eisen... Nehme ich mal mit. Erde kann nie schaden. Dann mach ich das einfach erstmal so. Ne. Ich mach mir erst nochmal eine normale. So, noch eine. Die müsste reichen. Schaufel haben wir auch nicht mehr. Mach ich mir noch schnell eine Schaufel. Jetzt haben wir überall Eisenwerkzeuge. Und dann gehen wir mal schnell Holz holen. Während es da drin brutzelt. Alles hoffe ich, habe ich reingetan. Holz sieht man viel mehr. Und das kleine Überraschung wird sich auf jeden Fall hier so abspielen. Vielleicht kann sich da schon jemand denken. Jemand was denken, der schon ein bisschen länger hier dabei ist. Der kann sich vielleicht schon denken, was dann da entsteht. Okay, also erstmal ein bisschen Holz. Eichenholz. Gibt es denn jetzt hier gerade ein Thema, was ich vielleicht mal sagen könnte? Ne, ne? Doch, ich überlege einfach mal kurz. Ich kann hier mal... Ah, Mann. Eigentlich wollte ich, ähm, bevor ich... Mein Minecraft wollte ich eher später aufnehmen. Also erstmal... Äh. Ne, die lasse ich jetzt, oder? Naja, guck, da ist ja gar nichts. So, oder? Ja. Ähm, Minecraft wollte ich eher später aufnehmen, aber... Ähm, habe ich jetzt doch heute erst aufgenommen. Bewuspert Word war eigentlich dran mit aufnehmen, aber... Ja, hatte ich gerade irgendwie Lust auf... Meine... Darum habe ich jetzt Minecraft aufgenommen. Und... Da wollte ich nämlich doch davor, bevor ich aufnehme, wollte ich nämlich noch... An Twitter... Twitter schreiben, und zwar an die, ähm, Feli Trost und an Joyce Silver. Wollte ich fragen, habt ihr vielleicht irgendein Thema? Habe ich jetzt leider vergessen? Oder wollte ich eigentlich machen? Heute machen und dann irgendwie in einer Woche oder... So in fünf Tagen oder so aufnehmen. Sechs... Äh, ne. Vier, fünf Tagen. Habe ich dann doch nicht gemacht, hab heute aufgenommen. Darum habe ich jetzt auch kein Thema, was ich die mal fragen wollte. Weil die gucken auch immer gerne zu, glaube ich. Und... Darum wollte ich die mal fragen, ob die vielleicht irgendein Thema haben, was wir bequatschen können. Und weil ich mir für dich... Ich habe mir auf mein Handy ein paar Notizen über Themas gemacht, aber... Das Handy liegt jetzt gerade da drüben irgendwo, keine Ahnung.